Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Kraftstoffanpassung von Zylinder 8 bei Mindestgrenze. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt normalerweise für alle Benzin-OBDI-Fahrzeuge. Dies kann Fahrzeuge von Mazda, Land Rover, Jaguar, Subaru, Ford, BMW, Dodge und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl genau, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren. Ein gespeicherter P02-B7-Code bedeutet, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen extrem fetten Zustand in einem bestimmten Motorzylinder erkannt hat, in diesem Fall in Zylinder Nummer 8. Das PCM verwendet das Kraftstofftrimsystem, um die Kraftstoffzufuhr nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern. Eingangssignale von den Sauerstoffsensoren liefern dem PCM die Daten, die zum Einstellen der Kraftstoffanpassung erforderlich sind. Das PCM verwendet Variationen in der Impulsbreitenmodulation des Kraftstoffinjektors, um Änderungen des Luft-Kraftstoffverhältnisses zu bewirken. Die kurzfristige Kraftstoffanpassung wird vom PCM ständig berechnet. Es schwankt schnell und ist einer der Schlüsselfaktoren bei der Berechnung der langfristigen Kraftstoffeinsparung. Jedes Fahrzeug verfügt über minimale und maximale prozentuale Parameter für die Kraftstoffeinstellung, die im PCM programmiert sind. Die Parameter für die kurzfristige Kraftstoffanpassung sind viel breiter als die Parameterspezifikationen für die langfristige Kraftstoffanpassung. Kleine Abweichungen in der Kraftstoffanpassung, die normalerweise in positiven oder negativen Prozentsätzen gemessen werden, sind normal und führen nicht zur Speicherung eines Codes P02B7. Die maximalen Kraftstofftrimparameter, positiv oder negativ, liegen normalerweise im Bereich von 25%. Sobald dieser maximale Schwellenwert überschritten wurde, wird ein Code dieses Typs gespeichert. Wenn der Motor mit optimalem Wirkungsgrad arbeitet und die an jeden Zylinder abgegebene Kraftstoffmenge kaum erhöht oder verringert werden muss, sollte die Kraftstoffanpassung zwischen 0 und 10% liegen. Wenn das PCM magere Abgasbedingungen erkennt, muss der Kraftstoff erhöht werden und die Kraftstoffanpassung spiegelt einen positiven Prozentsatz wider. Wenn der Auspuff zu fett ist, benötigt der Motor weniger Kraftstoff und die Kraftstoffanpassung sollte einen negativen Prozentsatz widerspiegeln. Siehe auch, alles, was Sie über Kraftstoffverkleidungen wissen möchten. OBDI-Fahrzeuge müssen ein Muster für eine langfristige Strategie zur Kraftstoffanpassung festlegen, und dies erfordert mehrere Zündzyklen, Diagramme zur Kraftstoffanpassung wie vom OBDI-Diagnosetester gezeigt. Was ist der schwere Grad dieses DTC? Der P02B7 sollte als schwerwiegend eingestuft werden, da ein fetter Kraftstoffzustand zu zahlreichen Problemen mit dem Fahrverhalten und Schäden am Katalysator führen kann. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P02B7-Fehlercodes können gehören, verminderte Motorleistung reduzierte Kraftstoffeffizienz verzögerter Motorstart Das Vorhandensein von gespeicherten fetten Abgascodes Fehlzündungscodes können ebenfalls gespeichert werden Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Zu den Ursachen für diesen P02B7-Kraftstofftrimcode können gehören, Einspritzventil defekt Schlechter Kraftstoffdruckregler Sauerstoffsensor defekt Ausfall des Luftmassen-MAF- oder Verteiler Luftdrucksensors-MAP Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P02B7? Wenn MAF- oder MAP-bezogene Codes vorhanden sind, diagnostizieren und reparieren Sie diese, bevor Sie versuchen, diesen P02B7-Code zu diagnostizieren. Ich würde meine Diagnose mit einer allgemeinen Inspektion des Kraftstoffeinspritzschienenbereichs beginnen. Mein Fokus würde auf dem Kraftstoffdruckregler und der Vakuumquelle für den Kraftstoffdruckregler, falls zutreffend, liegen. Ich würde den Regler auf Anzeichen von Undichtigkeiten überprüfen. Wenn sich Gas an der Innen- oder Außenseite des Reglers befindet, vermuten Sie, dass es ausgefallen ist, wenn im Motorraum keine offensichtlichen mechanischen Probleme festgestellt werden, sind mehrere Tools erforderlich, um Ihre Diagnose fortzusetzen. Ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM, ein Kraftstoffmenometer mit Adaptern, eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle. Als nächstes würde ich den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss anschließen. Ich würde alle gespeicherten Codes abrufen und Framedaten einfrieren und dann alles für die spätere Verwendung aufschreiben. Jetzt würde ich die Codes löschen und das Fahrzeug testen, um zu sehen, ob irgendwelche zurückgesetzt wurden. Greifen Sie auf den Scanner Datenstrom zu und beobachten Sie den Betrieb des Sauerstoffsensors, um festzustellen, ob tatsächlich ein fetter Abgaszustand vorliegt. Ich möchte den Datenstrom so einschränken, dass er nur relevante Daten enthält. Dies ergibt eine schnellere Datenantwortzeit und ein genaueres Lesen, wenn ein tatsächlich fetter Abgaszustand vorliegt. Schritt 1 Verwenden Sie das Kraftstoffmenometer, um den Kraftstoffdruck zu testen und mit den Angaben des Herstellers zu vergleichen. Wenn der Kraftstoffdruck innerhalb der Spezifikationen liegt, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Wenn der Kraftstoffdruck über den maximalen Spezifikationen liegt, testen Sie mit dem DVOM die Stromkreise des Kraftstoffdruckreglers sowie den Regler selbst. Falls er elektronisch ist, trennen Sie alle zugehörigen Steuerungen vom Stromkreis, bevor Sie den DVOM verwenden, um den Widerstand und oder die Kontinuität mit dem DVOM zu testen. Kontrollerschäden können auftreten, wenn sie nicht getrennt werden, reparieren oder ersetzen Sie Systemschaltungen oder Komponenten, die nicht den Herstellerspezifikationen entsprechen. Wenn der Kraftstoffdruckregler mit Motorvakuum betätigt wird, sollte er ersetzt werden, wenn der Kraftstoffdruck zu hoch ist. Schritt 2 Greifen Sie auf den Injektoranschluss für den betreffenden Injektor zu und testen Sie mit dem DVOM oder einer Neutlampe, falls verfügbar. Die Injektorspannung und einen Erdungsimpuls Letzterer vom PCM Wenn am Injektorstecker kein Erdungsimpuls festgestellt wird oder wenn die Erdung konstant ist bei laufendem Motor, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wenn Spannung und ein Erdungsimpuls anliegen, schließen Sie den Injektor wieder an, verwenden Sie ein Stethoskop oder ein anderes Abhörgerät und hören Sie es bei laufendem Motor. Ein hörbares Klicken sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, wenn das Geräusch nicht vorhanden ist oder wenn es zeitweise auftritt. Vermuten Sie, dass der Injektor für den betreffenden Zylinder ausgefallen oder verstopft ist. In beiden Fällen ist wahrscheinlich ein Austausch des Injektors erforderlich. Schritt 3 Die meisten modernen Kraftstoffeinspritzsysteme versorgen jeden Kraftstoffinjektor konstant mit Batteriespannung, wobei das PCM zum geeigneten Zeitpunkt einen Erdungsimpuls liefert. Um den Kreislauf zu vervollständigen und den Zylinder mit Kraftstoff zu besprühen, verwenden Sie den DVOM, um den Injektorimpuls am PCM-Anschluss zu testen. Wenn am PCM-Anschluss kein Erdungsimpuls oder eine konstante Erdung vorhanden ist und keine anderen Codes vorhanden sind, besteht der Verdacht auf ein defektes PCM oder einen PCM-Programmierfehler. Hinweis, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Komponenten des Hochdruckkraftstoffsystems testen, austauschen.